Hallo, da ist er. Der radikale Bauer. Ne, radikaler Rand war ich ja. Und Unruhestifter und Schafmacher hat er auch noch gesagt. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, der Hühnerwestenverkäufer, genau der. Zu dem komme ich nachher auch noch. Ich habe heute so einen Artikel zugeschickt gekriegt. Patrick, der ist von dir. Der hat so ein bisschen recherchiert. Und er hat einen Artikel gefunden, die eine Zeitung und Verbände, weltweite Verbände festgestellt haben. Zahlen. Das sind Zahlen, da wird ihnen schwindelig. Da wird ihnen richtig schwindelig. 55 Millionen sind in der Ukraine abgezweigt worden. Die sind abgezweigt, die sind weg, die sind einfach korrupt weg. In sechs Monaten wurden 22 Seekontainer, 389 Eisenbahnwaggons und 220 LKWs, LKW-Ladungen geklaut. Die sind weg. Naja, weg waren sie ja nicht. Die sind ja wieder im Einzelhandel der Ukraine wieder aufgetaucht, diese Güter. Da wird mir, also wenn ich so eine Zahlen lese, ich packe mich mal ein bisschen beiseite, wenn ich so eine Zahlen lese, da wird ihnen ganz schlecht. Wer hat uns die super eingebrockt? Die Friedenspartei. War ja, der langhaare war auch noch mit bei. Ey, wir müssen noch mehr Waffen und noch mehr Waffen liefern an einen korrupten Staat. Ja, gut. So, dafür müssen wir denn leiden. Wir drehen den Gashahn zu, wir drehen am 1.1. die Ölleitung zu und so weiter. Ein Kollege von mir hat sonst immer so 78 Euro Abschlagzahlung für Gasrechnung gehabt, jetzt bei 500. Ey, das sind Zahlen. Wir müssen eine Gasumlage machen und so weiter. Und wir müssen ja 15 Milliarden an Uniper zahlen, sonst gehen die ja pleite. Die machen erstmal eine Party in Italien für 200, noch mal 1000 Euro. So, und jetzt wird das Ding verstaatlicht. Aber vorher müssen wir noch die Gasumlage kassieren. Und wenn denn der Gerichtshof feststellt, das geht nicht, dann müssen wir sie wieder abschaffen. Ey, Wirtschaftsminister, pack ein. Nimm deine Tasche und geh. Geh und geh arbeiten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So wie alle Grünen. Ach, die haben ja keinen Beruf. Ach, scheiße. Die haben ja keinen Beruf. Hm, kriegst du nicht mal als Handlanger irgendwo unter. Ah, geht nicht. Geht gar nicht. So, denn zu der Rede von dem Hühnerwestenverkäufer im Bundestag. Mann, ich sag euch, so viel Polemik habe ich schon die letzten 20 Jahre nicht mehr gehört. Und wir müssen ja die Tierhaltung umbauen, die Landwirtschaft umbauen. Und zur Klimakrise, wegen der Klimakrise, hat muss Klimakrise gesagt. Er hat nicht von Klimakatastrophe gesprochen, so wie es sonst immer macht. Und wir sägen ja nicht mehr den Ast ab, wo wir drauf sitzen. Nee, jetzt fällen wir schon den Baum und gehen an die Wurzel. Meister, Herkunftskennzeichnung. Tierwohl, staatliche Tierwohl-Label. Puh, ist doch was drauf. Das sind staatliche Sachen, die eingeführt wurden. So viel Schwein hat so viel Platz. So viel Huhn hat so viel Platz. Die Hühnerkäfier, die er damals abgeschafft hat, hier mit der, mit der, aneinander, die ehemals Landwirtschaftsverlässerung gewesen ist. Die stehen in der Ukraine. Und die Eier kommen nicht im Container und nicht verpackt in Schalen. Nee, nee. Die kommen als flüssige Ei im Tanker hier rüber. Nach deutschen Standards? Nein. Das nächste ist, wir müssen die Tiere und so weiter. Weidetiere schützen. Ja, wer will denn den Wolf haben? Ich nicht. Und der war ja ausgestorben. Ein ausgestorbene Tier kommt nicht zurück. Oder habt ihr schon wieder mal einen Mammut gesehen hier? Ach, da hinten. Nee, ist doch kein Mammut. Das war ein Trecker. Also, wie kann man nur so, so, boah, das geht, man findet da fast keine Worte zu. Solche Froschfarbenen, mir fehlen gerade die Worte, so eine Froschfarbenen, dann heizen sie die Jugend an. Die wollen jetzt das Klima retten. Denn Ketten, die sich an Eisenbahnen schienen an für so ein Kohlekraftwerk und an Förderbändern von dem Kohlekraftwerk. Schaltet da den Strom ab, dann ist Ruhe, dann haben die nichts mehr. Die Klamotten aus Chemiefaser weg, dann rennen sie nackig über den Hof. Ist doch mir davon gewusst. Die, die da nichts gelernt haben, sitzen auf der Straße, kleben sie fest. Und sie wollen alles radikalisch. Dann kommen da irgendwelche Typen, die wollen da eine Molkerei da, die Lkw-Reifen zerstechen und was nicht alles. Das war gestern eine Meldung. Ey, ganz einfach. Das wurde früher zu DDR-Zeiten anders gelöst. Die, die die DDR-Zeiten mitgemacht haben, die wissen, was ich meine. Ganz einfach. Aber sowas kann man sich doch nie fallen lassen. Von der Regierung und vor allen Dingen von der Partei, die nur 14,9% bei den Wahlen hatte. Und da waren ja bloß 60% Wahlbeteiligung. Das hatten wir ja schon mal ausgewertet. Das sind also so 9% der Bevölkerung, die diese Typen gewählt haben. Leute, die keinen Abschluss haben, die einfach nur da sind, die sind einfach nur da. Die haben bloß eine Meinung. Aber das Wissen haben sie nicht. Und so was müssen wir uns nicht fallen lassen. Och, von dem Hühner-Westen-Verkäufer da. Das ist, oh, wenn ich jetzt mal höre. Wir sind radikal. Wir sind, nee. Und wenn ich, und dann immer rechterrand. Wenn die Meinung nicht zu der grünen Farbe passt, sind alles Rechte. Ja, ich kenne viele, die AfD gewählt haben. Ich kenne sogar AfD-Abgeordnete. Aber ich als FDP-Mitglied darf mich ja wohl unter Mitteln unterhalten. Freie Meinung ist doch wohl noch gefragt. Oder haben wir das schon abgeschafft zur Diktatur hier? Also, ich bin der Meinung, langsamer sicher sollten auch alle Mitbürger hochkommen und fragen, wo die Kohle hingeht, wer das alles bezahlen soll. Vor allen Dingen die Leute, die jetzt die Kohle so aus dem Fenster schmeißen, die sagen immer, ja, das müssen unsere Kindeskinder bezahlen. Ja, dann schmeißt er den nicht aus dem Fenster. Dann macht er was damit. Baut erst mal das Ahrtal auf. Gebt den Armen was. Steckt das endlich mal ins Gesundheitswesen. Ich war am Wochenende draußen mit meiner Tochter, weil, naja, krank und so weiter. Ey, wenn schon Medikamente fehlen, das liegt nicht an uns. Wir arbeiten. Und was machen die Politiker? Die schmeißen die Kohle raus. Einfach so. Nur hierhin, dahin. Und wir reisen durch die Welt. Ja. Buller, Büh, gibt es nicht mehr. Haben sie abgeschafft. Also, fang an zu arbeiten. Aber, ne, richtig. Und die anderen, der mit der grünen, der Froschfarbe da, Tasche packen, abhauen. So wie die Ene da gesagt hat, die da so mit dem, naja, die meinte, sie kann so in Deutschland nicht, das geht nicht, sie würde dann hier auswandern. Tschüss. Ich brauch dich hier nicht. Tschüss. Nimm die alle mit. Alle, die keinen Beruf haben. Alle weg. Ruhe. Dann haben wir endlich was geschafft. Der Bau aus dem Markt. Bisschen aufgeriecht. Aber, die Kommentare da unten möchte ich heute mal lesen. So wie die Knoten. Und das ist ja, die mir war. Und das ist ja, die mir war. Hier habe ich mich vor, wie die Knoten. Ich habe mich vor, wie die Laufsfarbe da unten ist. Es geht nicht mehr.